Willkommen zu einem kleinen Boonie-Guide über Diablo 4, einen kleinen Level-Guide, eine Übersicht, wie man am besten levelt oder nicht wie am besten levelt, sondern wie ich es gemacht habe eigentlich und dann immer überleitend auch vorbereitet für die Season. Alles, was ihr jetzt schon macht, schaltet ihr schon für die Season frei. Also ihr müsst nicht nochmal alles machen in der Season. Also ihr könnt jetzt schon Sachen machen, die ihr in der Season nicht mehr machen müsst und habt schon einen Vorteil davon. So, fangen wir mal an. Also wenn ihr einen neuen Char startet, egal auf Hardcore oder auf Normal, ist das so, ihr müsst einmal die Story durchspielen. Da kommt kein Weg rum. Und es bringt auch nichts, wenn ihr euch ziehen lässt auf Level 50 oder 70 oder was auch immer und macht dann die Story, weil die Story ist dann halt schwerer und bringt eigentlich nichts. Deswegen macht das so, erstellt einen Char, spielt einmal die Story auf Abenteuer 1 durch, also Weltstufe 1, weil ihr kriegt genug XP durch die gelbe Quest. Und ihr macht hauptsächlich nur die gelbe Quest. Ihr könnt gerne noch nebenbei Sidequest machen, das ist egal, aber ihr kriegt halt hauptsächlich XP durch Questen. Bei Veteranen und so, ihr kriegt halt Monster gegen 20% Erfahrung. Die Sache ist aber die, ihr werdet nicht auf große Monsterhorn stoßen und wenn ihr irgendwo sterbt in einer Dungeon oder einer Story, dann kostet es nur Zeit. Ja, das muss man einfach so sagen. Und ihr wollt einfach gemütlich und schnell die Story durchspielen, deswegen macht das einfach auf Normal bzw. auf Stufe 1. Wenn ihr die Story dann durch habt, dann geht ihr auf Veteranen, also Weltstufe 2. Auf Weltstufe 2 ist das so, erscheint hier und die ist nur auf Weltstufe 2, Final Dungeon, Kathedrale des Lichts. Das müsst ihr einmal machen. Wenn ihr das gemacht habt, schaltet ihr Weltstufe 3 frei. Da steht auch hier, wird freigeschaltet, indem ihr Kampagne und die Final Dungeon abschließt und somit könnt ihr dann 3 anfangen. Wenn ihr dann auf 3 geht, würde ich euch dann auch empfehlen zu machen, auch wenn es hart ist. Es kann sein, dass es schwer wird für euch, wenn ihr nicht gerade in einer Gruppe spielt und da einer schon irgendwelche Items bekommen hat, denen overpowered denn ist. Auf Weltstufe 3 gibt es neue Items, die sehen fast gleich aus, bloß die haben oben einen gelben Rand auf dem Icon. Also hier seht ihr jetzt nichts, da steht oben nur Heiliges Schwert, Heilige Items heißen die Sachen dann und die sind halt oben gelb von Icon her, über ein Schwert seht ihr das. Auf Weltstufe 3 heißen die dann vermacht und haben dann oben einen weißen Rand. Das sind sozusagen die High-End-Waffen, wenn es jetzt nicht gerade ein Primal oder ein Fernel oder wie die Dinger heißen, also wenn es jetzt nicht gerade ein Primal ist. Weltstufe 3, ich habe das so gemacht, wir haben uns dann ein bisschen gesplittet, meine Kumpels wollten lieber Dungeon gehen und sind in Dungeon gelaufen und ich habe gesagt, nee, ich will die Welt erkunden. So, ich habe das so gemacht und zum Plus waren wir eigentlich gleich aufgewiesen irgendwo. Aber die hatten natürlich besseres Gear gehabt, weil sie halt nur Dungeon gegangen sind und die konnten dann halt mehr Items gesammelt und konnten dann mehr auswählen. Das hatte ich halt nicht. Ich habe das so gemacht. Ihr seht ja hier oben, es gibt ja hier einmal Erkundung, zum Beispiel steht jetzt 70 von 70, erkundet einfach die ganze Map. Zusätzlich habe ich, also ich bin insgesamt zweimal abgelaufen, die Map. Einmal habe ich die Erkundung gemacht, ich habe die Wegpunkte freigeschaltet und ich habe die roten Dinger hier gemacht, also diese gummischen Basen, die man da einnehmen muss. Teilweise sind das ja dann auch Portpunkte. Das habe ich zuerst gemacht. Dann bin ich nochmal abgelaufen, wo ich dann alle Portpunkte hatte und alle Gebiete aufgedeckt hatte, habe ich zum Plus die ganzen Lilith-Statuen angeklickt. So, die Lilith-Statuen. So, da gibt es verschiedene Map. Ich habe diese Map benutzt. Ich werde sie unten verlinken im Video. Könnt ihr euch da angucken. Diese Map fand ich am besten irgendwie. Es gibt noch mehrere Maps. Ja, es gibt zum Beispiel die hier. Da sind ganz viele Icons. Das könnt ihr hier alles ab- und anschalten. Und wenn ihr da irgendwas klickt, dann dauert das ewig, bis die Seite klaren hat, weil das einfach so viele Icons auf der Map sind. Könnt ihr euch selber angucken. Dann gibt es hier auch noch eine Map. Da könnt ihr auch nochmal alles an- und ausschalten. Auch die Nebenquests sind da nochmal angezeigt. Das könnt ihr auch gerne machen. Da könnt ihr euch die Lilith-Statuen auch anzeigen lassen. Für mich war die Seite interessanter, weil man da nicht so viel rumklicken musste. Alle drei Seiten werde ich unten verlinken. Könnt ihr euch angucken. Der Vorteil ist, wenn ihr die Erkundung macht und die Lilith-Statuen anklickt, ist es so, das bleibt bestehen. Ihr müsst das nie wieder machen. Ihr müsst das nur einmal machen auf Hardcore und einmal auf Normal und dann nie wieder. Das heißt, es bleibt bestehen auch für den Season-Char. Wenn ihr einen Season-Char erstellt, dann habt ihr wieder diesen Balken. Den müsst ihr wieder auffüllen, indem ihr Ruf sammelt. Wenn ihr die Lilith-Statuen macht und diese Aufdeckung jetzt schon vor der Season, dann seid ihr bei der Season-Begin hier ungefähr. Ihr habt dann wahrscheinlich die ersten zwei Sachen schon. Ich weiß nicht. Vielleicht habt ihr auch die ersten drei. Das bringt euch aber auf jeder Map, wenn ihr auf jeder Map diese ersten zwei Balken habt. Das heißt, ihr habt einen Trank mehr. Das heißt, pro Map sind ja fünf Maps. Das heißt, ihr habt fünf Tränke mehr plus ihr habt schon mal fünf Fertigkeitspunkte beim Start von der Season. Wenn ihr das schon macht. Also das nochmal zum Thema Season. Das heißt, wenn ihr diese beiden Sachen macht, dann habt ihr schon einen Vorteil in der Season. Weil ihr dann schon die Fähigkeitspunkte habt und die Map aufgedeckt. Und jetzt ist es ja zur Zeit so, wenn ihr einen zweiten Schal erstellt und ihr habt aber schon die Map beim ersten Schal aufgedeckt, dann ist das so, ihr müsst die Map dann nochmal aufdecken. Das ist mit der Season wohl nicht so. Da ist die Map komplett aufgedeckt, so wie euer Main oder so, wie ihr das schon gemacht hattet. Mit den Main oder mit auf Normal. So, wie habe ich jetzt weitergelevelt? So, die anderen haben ja dann schon gemacht, ich habe jetzt auf der Welt mich beschäftigt. Ich bin Weltstufe 3, mehr oder weniger wieder spazieren gegangen danach. Ich habe dann nebenbei noch ein paar Nebenquests gemacht. Wie gesagt, die Erkundung habe ich gemacht und die Lillestattung. Danach habe ich gesagt, okay, machst du noch ein bisschen was auf der Map. Weil ich war noch nicht 70 und, naja, habe mich noch nicht getraut, in die einen Dungeon da reinzugehen, die man denn machen muss, um Weltstufe 4 zu gehen. Ich war glaube ich 65, ich glaube. Ich weiß ja nicht. Ich habe in der Zeit dann diese Quest gemacht hier, oder diese Aufgaben von dem Baum. Ja, ihr könnt ja immer hier 10 Punkte sammeln und wenn ihr dann 10 Punkte habt, könnt ihr euch da eine Kiste aussuchen. Manchmal ist auch eine Letchy-Kiste dabei. Und das habe ich die ganze Zeit gemacht. Bis dann irgendwann ein Kumpel gemeint hatte, ey Mensch, lasst uns mal jetzt Weltstufe 4 machen. Weltstufe 4 schaltet ihr frei. Wie gesagt, müsst ihr diesen Tempel laufen, der ist dann Stufe 70. Wir sind glaube ich mit 62 einmal herangelaufen, naja, sind gleich rückwärts wieder rausgelaufen, weil das so schwer war. Ich glaube mit 65 oder 68 haben wir das dann irgendwie geschafft und sind dann Weltstufe 4 gelaufen. Und für Weltstufe 4 habe ich das dann auch wieder so gemacht. Ich bin nur, weil irgendwie die offene Welt irgendwie einfacher ist, als Dungeon zu gehen oder Hellenflut sowieso, würde ich euch nicht empfehlen. Wenn ihr keine 73 seid oder 70 und keine richtige Rüstung anhabt mit Crazy und was auch immer, würde ich euch nicht empfehlen, weil ihr ärgert euch, wenn ihr dann sterbt und die Hälfte der Splitter verliert und ihr euch dann keine Kiste leisten könnt. Also bin ich auf der offenen Welt rumgelaufen und habe diese orangenen Events gemacht und habe das immer wieder gemacht. Die Dungeon bin ich nicht gelaufen, weil es für mich zu schwer war und ich fand es halt einfacher, lieber hier 5 Dinger zu machen, da habe ich auch 5 Punkte, als hier in Dungeon, wo ich dann 3 mal sterbe. So, irgendwann war ich dann 73 und dann fängt das Grinden an und dann geht man eigentlich hauptsächlich nur noch diese Instanzen, wo man seine Sockel aufwerten kann. Also diese Alttraumseel. Und dann fängt ja schon das Grinden an. Alles andere ist nur noch Grinden, 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 Laufen, Dungeon, Höllenflut, was auch immer. Ich würde euch zum Ende noch empfehlen, macht auf alle Fälle immer den World Boss mit. Leider wird der nicht, da gibt es leider keinen Timer für, der kommt irgendwann spontan. So wie das auch mit den Legions-Event, die ab und zu mal irgendwo spawnen, das sollte man auch mitmachen, weil die Legions-Events geben ungefähr eine Million XP, wenn ihr bei Lagerfeuer steht. Also wenn ihr den Stack habt, also 15 Stack habt von diesem Lagerfeuer plus das Flächchen, dann kommt ihr ungefähr auf eine Million XP, wenn ihr an dieses Legions-Event teilnehmt, was ab und zu mal hier, also manchmal ist es hier unten, manchmal ist es hier irgendwo. Ja, macht das noch mit und wenn ihr denn schon 70 seid oder 73, dann wisst ihr eigentlich schon alles und dann ist es eigentlich nur noch Dungeon-Grinden und für euer Paragon-System die Sockel aufwerten sozusagen. Aktuell geht es wohl bis 21, ich habe sie jetzt bis 16 erstmal aufgelevelt, bis 21 geht das. So, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick und nochmal kleine Hilfe geben, wie ich das gemacht habe. Die anderen, wie gesagt, meine Kumpels sind Dungeon-Gerand, ich bin lieber Welterkunden gegangen und Nebenquests gemacht und Lilith-Statum angeklickt, was euch euer Lilith-Statum bringt, ja auch euch jede Menge. Und zwar, Lilith-Statum bringt ihr euch ja auch nochmal 4-5 Fähigkeitspunkte für eure Talente hier, Fähigkeitsbaum, das bringt ihr auch nochmal 4-5 Punkte und welche Lilith-Statum geben, Fähigkeitspunkten und geben natürlich auch Stärke, Int und Wille und jede Menge XP. Ihr müsst selber entscheiden, wie ihr leveln möchtet, aber viel Spaß dabei und bis nächstes Mal. Tschüss! 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 Nichts! Tschüss! 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 Tschüss!